Willkommen zu einer weiteren Folge von Avatar. Wir sind hier beim Ikran Horst und werden wahrscheinlich in dieser Folge unseren eigenen Ikran erhalten. Okay, damit er jetzt nicht rechnet, dass wir jetzt hier landen. Bis zum nächsten Mal. Okay, wir sollten mal was essen zwischendurch. Ähm. Wo bleibst du denn? Ich hab auf dich gewartet. Wie bist du so schnell hier raufgekommen? Ha, ich bin hier schon als Kind geklettert. Ich kenne alle Tricks. Du fühlst dich also besser? Körperlich ja. Geistig noch nicht. Sie wirkt schreckhaft. Es bleibt ihr überlassen, ob sie dich wählt. Hey, bin ich dir schon mal begegnet? Ich glaube, sie wird gleich abbauen. Das ist noch nicht das Finale hier. Zeig doch. Ruhig Blut. Kein Ikran, der etwas auf sich hält, lässt den ersten Versuch zu. Klettere höher. Zeig ihr, dass du würdig bist. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Hey Priya. Du errätst nie, wo ich gerade bin. Doch nicht in einem Arana-Hail-Farbstoff-Bottich, oder? Das Gegenteil. Ich klettere zur Ikran-Kolonie, um auserwählt zu werden. Also, hoffentlich. Ernsthaft? Jetzt gerade? In diesem Moment? Die ist doch irre hoch, oder? Hast du Angst? Du hilfst nicht gerade. Erzähl das noch. Er wird es lieben. Warte. Ich hole ein Schemel. Das ist gerade die beste Mission bisher. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hole ein Schemel. Ich hole ein Schemel. Ich hole ein Schemel. oh hier muss ich rüberjumpen ok mit anlauf hätte eigentlich gedacht wir müssten dach hoch ein glockensweig so hießen die oder ich konnte mir überhaupt merken ok ist die frage ich glaube ich gehe lieber über die jamb blumen hier nein danke schön ich wollte gerade sagen das ding geht immer noch nicht auf also wir sollten irgendeine zutat jetzt weg werfen vielleicht etwas nicht so gut ist oh ein jagdbogen oh nice also wenn man ganz bis nach oben muss dann haben wir noch einen weg vor uns oh 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 Aber irgendwie muss es da hochgehen, da ist ja eine Ranke. Das sieht gerade echt schon nice aus, ey. Ist es wahr? Ein Ikran wird dich wählen? Lor, ich hoffe, dass ich gewählt werde. Das Bündnis ist rein. Unberührt von den Menschen. Aber wir Sarantu sind etwas zu menschlich. Sogar jetzt spreche ich durch ihre Technologie mit dir. Nun, der Krieg heiligt alle Mittel, oder? Genau so etwas würde Mercer sagen. Du wirst es schaffen. Fall nicht, okay? Priya? Brauchten wir nicht eine Rindenfrucht? Ich weiß, ich unterbreche das hier gerade, aber... Rindenfrucht besser, jo. Okay. Ähm, irgendwas wegwerfen. Sehr schön. Die Bindung verlangt gegenseitiges Vertrauen. Du schiet es doch. Sie scheint noch nicht bereit. Denk daran, der Ikran wählt dich, nicht umgekehrt. Ich frage mich ja immer, ob ich wirklich nur so kurz immer antippeln darf. Ich tu dir nichts. Oder ob ich theoretisch jetzt einfach geradeaus durchziehen könnte. Alles gut, entspann dich. Wow, ganz ruhig. Das wird noch nicht das Ende sein. Ich tu dir nichts. Nein! Was mache ich falsch? Sie kennt dich noch nicht. Versuche es weiter. Dann belohnt sie deine Mühen vielleicht. Ich fürchte, ich werde nicht erwählt. Sie spielt nur mit dir. Bleib stark. Ich hoffe, jetzt kommt kein schlechtes Wetter hier. Und wo ist da noch so ein Setzling über? Schau mal. Schau mal, jetzt ist die schöne Musik weg. Oh, cool. Das ist ja mal, glaube ich, die coolste Brücke, die ich je gesehen habe. Warum wird die Musik jetzt so bedrohlich? Nein, 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 nein! Und jetzt? Was ist es da? Oh! Oh, cool. Oh! Oh! Oh, okay. Oh, Alter! Oh, Alter! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay Okay Oh, guck an Maelan, nur Mut Ich wurde ruhig Mein Atem verlangsamte sich Sie würde mich wählen Ich spürte es Okay Ganz oben Müssen wir jetzt hier vorbei? Ist das ganz oben wahrscheinlich, ja? Wow, ganz ruhig Alles gut, entspann dich Ich tu dir nichts Ach ja Das ist unser Ja Sie hat dich gewählt. Okay. Timic, Hawke, Bluth, T'Elysi, Amay, Carol, Nimun, Juri, Katir, Storm. Immer festgelegt kann der Name nicht mehr geändert werden. Spanke zwischen den beiden. Ich glaube, ich nehme das. Ich nenne dich Fury. Eine neue Bindung. Einzig und allein mit den Gedanken fliegen. Die Seele des Anderen berühren. Zwei Herzen, die eins sind. Du musst die Bindung stärken. Mit einer letzten Aufgabe. Wie mache ich? Ruf sie! Ruf nach deiner Ikran! Fliegt gemeinsam und festigt die Bindung! Ist das gut, dich zu sehen? Ja! Geschafft, Mädchen! Du warst das! Danke dir. Danke. Okay. Überlegen wir. Fühlen wir. Kannst du schneller fliegen? Oh, super! Oh, ja! 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 Verdammt, hab ich doch nur gemacht. Verdammt, hab ich doch nur gemacht. Hier, für dich. Maves Mädchen. Hier! Nein, ich wollte doch da hinfliegen. Okay, ich würde sagen... Wir sollten jetzt los. Ich hoffe, die Arana-Helljäger werden uns helfen. Du hast bestimmt diese fiesen RDA-Ballons gesehen, oder? Ich weiß nicht, ob wir das alleine schaffen. Komm, lass uns die Tour suchen! Ja! Ich würde sagen, wir machen erstmal ein Folgenpäuschen. Spitze bedanke mich. Bis denn. Finde. Sphär